Albanien Albanien liegt in Ander Adria auf der Balkan-Halbinsel. Das Land hat eine wechselvolle Geschichte und wird langsam vom Tourismus entdeckt. Traurige Bekanntheit erlangte es als Steinzeit kommunistisches Refugium unter Inverhoja und nach Zusammenbruch des Wirtschaftssystems. Doch diese Zeiten sind Vergangenheit. Wer sich auf das Land einlässt, wird eine schlummernte Schönheit finden mit offenherzigen und hilfsbereiten Menschen. Regionen Nordalbanien, ländliche Gegend, gut für Wanderungen. Mittelalbanien, vom Skodra-See im Norden bis nach Lora im Süden erstreckt sich eine zum Teil nur wenige Kilometer breite Schwemmlandebene entlang der Küste, die sich in Mittelalbanien zur großen Mützegebene ausdehnt. Südalbanien, hier befinden sich die Hauptferienorte für Strandurlaub. Weitere Ziele in Albanien gibt aber tausende von Bunkern, von denen viele in Städten und auf dem Land verstreut sind. Manche kann man besichtigen. Natur Hintergrund Albanien war bis Anfang der 1990er Jahre das stalinistischeste Regime Europas. In dieser Zeit schottete sich das Regime und somit auch die Gesellschaft vom Rest der Welt, auch der sozialistischen, ab. Erst nach dem Umbruch der frühen 1990er Jahre ist eine Öffnung den anderen Staaten Europas und der Welt gegenüber festzustellen. Angesichts des massiven Aufholbedarfs sind die Fortschritte noch mäßig, in manchen Gegenden aber schon deutlich spürbar. Albanien zählt nicht zu den klassischen Reiseländern. Dies hat zur Folge, dass es viel unberührte und unerschlossene Natur zu entdecken gibt. Besonders in der Nebensaison, Hauptsaison ist Juli-August, sind viele der teils traumhaften Strände unbevölkert. Auch Camping direkt am Strand, ob mit Zelt oder Wohnmobil, ist an einigen Stränden problemlos möglich. Im gebirgigen Hinterland bieten sich vielfache Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. Besonders im Bereich Offroad-Touren ist Albanien ein sehr beliebtes und geeignetes Reiseziel. Verschiedene Anbieter haben entsprechende Führungen und Touren im Angebot. Die albanischen Alpen im Norden sind auch für Bergsteiger und Kletterer interessant, insbesondere der Berg Arapi und dessen 800 Meter hohe Südwand. Das Land grenzt im Norden an Montenegro, im Nordosten an Kosovo, im Osten an Nordmazedonien und im Süden an Griechenland. Anreise Deutsche, österreichische und Schweizer Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Albanien einen gültigen Reisepass oder für einen Aufenthalt bis maximal 90 Tage einen Personalausweis bzw. eine Identitätskarte. Ein Visum wird nur für Reisen mit einer Dauer von mehr als 90 Tagen benötigt. Mit dem Flugzeug der Flughafen von Tirana Nene Teresa, albanisch für Mutter Teresa, hat seit Ende März 2007 ein neues Terminal. Gute Verbindungen von wichtigen europäischen Städten bestehen. Wien, Austrian Airlines London, British Airways Rom, Mailand, diverse italienische Ziele, Alitalia Istanbul, Turkish Airlines Ljubljana, Adria Airways München, Lufthansa Frankfurt, Lufthansa Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit, nach Corfu zu fliegen und von dort mit einer Fähre über Saranda nach Albanien einzureisen. Mit der Bahn, Stand Oktober 2017, es gibt keine Möglichkeit, die albanische Grenze im Zug zu überqueren. Die Anreise per Bahn nach Albanien kann über Montenegro erfolgen. Von Port Goriza aus kann die albanische Grenze und Tirana per Bus erreicht werden. Mit dem Bus zwischen Deutschland und Albanien gibt es direkte Fernbusverbindungen, unter anderem nach Flore, Luschnie, Elbasan, Tirana und Duris. Allerdings kann es bei der großen Entfernung und der Vielzahl an Grenzübergängen zu mehrstündigen Verspätungen kommen. Alternative, wenige Linien verkehren nach Bari oder Ancona, beides in Italien, von dort aus kann man dann die Fähre nach Duris nehmen. Es bestehen und andere viele Busverbindungen zwischen Griechenland und Albanien. Auf der Straße es bestehen Straßenverbindungen zu Serbien, via Kosovo und Montenegro, Nordmazedonien und Griechenland. Eine Straßenbenutzungsgebühr wird nicht mehr erhoben. Juli 2015 laut Auswärtigem Amt benötigen Deutsche den internationalen Führerschein. Nachgefragt wird bei selten. Tankstellen gibt es reichlich. Radfahrer benutzen auch die Autobahnen, nicht selten in Gegenfahrrichtung. Es wird gern und manchmal riskant überholt, bisweilen chaotische Verkehrsverhältnisse allerdings ohne wilde Huperei. Auf den Hauptverkehrsstraßen sind die Fahrbahnbelege besser als ihr Ruf, weniger Schlaglöcher als erwartet. Auf dem Lande sind natürlich auch Kühe, Schafe etc. auf der Straße unterwegs. Es gibt eine sehr große Anzahl ganz legal zu Befahre in der, ungeteerter Straßen und Pisten mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden, die ideal für Motorräder, Mountainbikes und Geländefahrzeuge sind. Zahlreiche dieser Straßen sind aber auch mit jedem normalen Motorrad oder Auto befahrbar und bieten oft unglaublich schöne Naturerlebnisse. Mit dem Schiffes bestehen Fährenverbindungen von Triest nach Durres sowie von Bari nach Durres. Weiter kann man von den italienischen Städten Ancona, Brindisi und Otranto nach Durres und Lora fahren. Auch zwischen der griechischen Insel Korfu und der albanischen Stadt Saranda gibt es mehrmals täglich Fähren. Eine Überfahrt kostet als Fußgänger 19 Euro mit der Autofahrer und 22 mit dem Speedboot. In Korfu sind die Tickets nur in einem kleinen Laden an der Hauptstraße gegenüber dem Hafengelände erhältlich. Die Passkontrolle und Abfahrt findet bei einem Gebäude am linken Ende, seeblickend, des Hafens statt. In Saranda sind die Tickets in einem kleinen Laden hinter dem Hafen, im Hafen selber und etwa 50 Meter links vom Hafen erhältlich. Stand, August 2019 Eine weitere Anreisenmöglichkeit ist die Fähre von Venedig, Bari oder Ancona nach Egumenica, etwa 20 Kilometer südlich der albanischen Grenze in Griechenland. Mobilität Die Hauptverbindungsstraßen sind in gutem Zustand. Teilweise ist jedoch mit langen Baustellenabschnitten zu rechnen. Hier ist Vorsicht geboten, da die Oberfläche geschottert ist und bei höheren Geschwindigkeiten die Steine wie Geschosse aufgewibbelt werden. Wegweiser sind teilweise recht spärlich gesät. Dies gilt insbesondere für Tirana. Abseits der Hauptstraßen sind die Straßenverhältnisse teilweise schlecht bis katastrophal. Insbesondere in der Nähe von Flüssen ist mit Schotterpisten anstelle von Straßen zu rechnen. Dies gilt umso mehr, je ländlicher das Gebiet ist. Geschwindigkeitskontrollen sind häufig, besonders an Ort sein und Ausgängen. Mit dem Bus auf allen Hauptverkehr Sachsen fahren zahlreiche Minibusse mit ungefähr 15 Plätzen. Diese sind meist privat betrieben, aber auch sehr günstig. Eine Fahrt von Škoda nach Tirana, 160 Kilometer, kostet zum Beispiel etwa 400 Lek Euro 2,80. Mit der Bahn, Stand Juli 2018, Zugverkehr innerhalb Albaniens besteht zwischen Douris und Kascha, einem Vorort Tiranas, mit drei Zugpaaren am Tag, zwischen Douris und Škodra, Douris und Elba San Libraz sowie Douris und Fjær. Hier verkehren ein bis zwei Zugpaare täglich. Einen Fahrplan findet man bei fahrplancenter.com oder an den Bahnhöfen vor Ort. Details erfragt man am besten dort. Der technische Zustand ist schlecht, die Geschwindigkeit sehr niedrig, die Fahrpreise sind aber sehr günstig. 30 Kilometer von Kascha nach Douris kosten 70 Lek, das entspricht etwa 55 Euro sind und dauern etwa 40 Minuten. Zu Fuß ein beliebter Wanderweg entlang der antiken römischen Straße via Egnatia beginnt in Douris und endet in Istanbul. Der Weg ist auch Teil des Pilgerwegen nach Jerusalem. Sprache Amtssprache ist Albanisch. Ältere Leute sprechen oft Italienisch, Junge auch Englisch. Im Allgemeinen scheint Italienisch weiter verbreitet als Englisch, auch in der Beschilderung. Dies liegt vor allem daran, dass italienisches Fernsehen empfangen werden kann und besonders zu kommunistischen Zeiten heimlich als Tor zur Welt genutzt wurde. Weiterhin können auch griechisch Kenntnisse im Süden des Landes, an der griechischen Grenzregion, weiterhelfen. Kaufen die Nationalwährung ist der albanische Leck. Es werden in der Regel auch US-Dollar sowie Euro akzeptiert. Für Dinge des täglichen Bedarfs sollte aber Geld gewechselt werden. Banken und Wechselstuben findet man überall. Die Preise sind im Allgemeinen relativ niedrig. Es gibt überall Mini-Markets, die teilweise rund um die Uhr geöffnet haben. Viele Kleinigkeiten werden auch auf der Straße verkauft. Küche Sehr beliebt sind Speisen vom Grill. Landestypische Speisen sind, Burek, Blätterteig mit Käse oder Fleisch-Soufflak, griechische Soufflaki-Balkokki, Schafskopf-Suppe mit dir, frittierte Muschelnvergäse, gebackene Eier, Käse, Paprika und manchmal Fleisch. Typisches Getränk, Raki, viel getrunkener Anis-Schnapswein. Siehe auch, albanische Küche. Nachtleben gute Möglichkeiten, viele Clubs und Bars, albanische Lokalitäten, Restaurants. Strand des Kios in Saranda wie den African Beach Club oder Mango Beach. Unterkunft einer Unterkunft zu finden, auch Low Budget, ist in der Nebensaison in den meisten Städten kein Problem und die ausgesprochen freundlichen Albaner sind bei der Suche immer sehr hilfsbereit. Etwas schwierig kann es in Berat aufgrund geringer Anzahl an Unterkünften sein. Rogner Hotelkette in Tirana Hotel Tirana International Günstige Hotels, wie Hotel Republika und Hotel Darfina in Tirana. In Saranda gibt es unzählige Hotels und Apartments, weit mehr als man im Internet findet. Lernen Universität Tirana, deutsche Abteilung Arbeiten Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 13%. In manchen Gebieten sogar bei weniger und in anderen bei über 30%. Sicherheit insgesamt gilt Albanien als ein für den Reisenden sicheres Land. Kleinkriminalität ist in aller Regel selten. In der Nähe zum Kosovo wird zu erhöhter Vorsicht geraten, da hier noch Minen und Blindgänger liegen können. Auf den Straßen ist besondere Achtung geboten. Ampeln haben meist nur Empfehlungskarakter und der Straßenverkehr ist südländisch wild. Des Weiteren ist bei Überlandstraßen mit kurzen aber auch längeren baufälligen Strecken mit tiefen Schlaglöchern zu rechnen. Wer mit einem PKW unterwegs ist, sollte daher vorausschauend fahren und Fahrten bei Dunkelheit vermeiden. Gesundheit in Tirana gibt es Arztpraxen, die von Westeuropäern betrieben werden und nach entsprechenden Standards arbeiten. Die zahlreichen Apotheken in Tirana haben oft 24 Stunden geöffnet. Klima an Albaniens Küsten herrscht vorwiegend mediterranes Klima, mit mildem feuchten Winter und heißem, trockenem Sommer. Im Landesinneren ist das Klima kontinentaler mit tiefen Temperaturen im Winter. Die Sommer sind hier warm, die Winter kalt und niederschlagsreich. Die Jahresdurchschnittstemperaturen schwanken in Albanien zwischen 14 und 16 Grad Celsius, die Niederschläge zwischen 1000 mm an der Küste und 2000 mm im gebirgigen Inneren. Religion in Albanien ist ein überwiegend muslimisches Land, allerdings spielt die Religion keine größere Rolle als in Deutschland. Albaner sind historisch betrachtet, keine religiösen Menschen. Bis auf die allgegenwärtigen Moscheen bekommt man davon wenig mit. Sowohl Schweinefleisch und Alkohol sind beliebt und verbreitet und dass Frauen Kopftücher tragen, ist bei weitem nicht selbstverständlich. Auch das Zusammenleben mit allen Religionsgemeinschaften scheint reibungslos zu laufen. Katholische und orthodoxe Kirchen sowie Moscheen stehen teilweise in unmittelbarer Nähe zueinander. Post- und Telekommunikation Die Mobilfunknetzabdeckung in der Hauptstadt ist hervorragend. In besiedelten Gegenden auf dem Land ist meist mit einer 3G-Mobilfunkabdeckung zu rechnen. Sowohl Albtilcom und Vodafone bieten Mobilfunkabonimente zu günstigen Konditionen für Touristen an. Gültigkeit zwei Wochen inklusive 10 GB für 1000 Lack. Das war die Zelle die Kolschkaufte. tanische Musikkaufte. Befluchtigkeit drei Wochen inklusive 10-13l. Das war die Zelle die Selbstbestandung von einer der Zelle die Bauch. Der nationwide ist ihr Komplettkirchen. Untertitelung des ZDF, 2020